Gewinner am Boxen zu sein, heißt nicht, Gewinner am Leben zu sein. Aber der Sport an sich, der kann dir so viel geben, dass du im Leben erfolgreich bist. Kick im Boxen nimmt Boxen als Medium für die Sozialarbeit. Beim Boxen zeigt sich eben ganz viel, weil es so existenziell ist. Sport spricht alle Sprachen. Mit 16, 18 Nationen unter einem Dach ist das Ankommen leichter. Dass wir Deutsch sprechen, ist auch eine Form der Integration. Wenn ich am Ring stehe und jemanden trainiere, dann will ich den Boxen sehen und sich nicht prügeln. Nicht getroffen werden, das ist die Kunst. Ich habe das Gefühl, alles gegeben zu haben, alles rausgeholt zu haben. Sich immer neue Ziele zu stecken und da weiterzugehen. Ihr Abitur abgeschlossen, ins Studium gehen, da war bei manchen überhaupt nicht dran zu denken. Das sind meine Erfolge, die ich ganz still auch genießen. Ich bin, da war meine Erfolge, die ich nicht wollte, dass es nicht mehr da geht. Ich bin, da war aber natürlich nicht. Ich bin, da war mir, dass ich nicht mehr da einfach nicht drehen. Untertitelung des ZDF, 2020